Untertitelung des ZDF, 2020 und ihr Sujet in diesem Jahr heisst «Mensch, was machst du?». Die Fasnächtler, sie haben der Gesellschaft gern und gnadenlos den Spiegel vor der Nase und gerade in diesem Jahr stimmen sie in Zelten auch nachdenklich. Angst und Panik auch auf der Laderne der Lally, raffiniert gemalt mit einer speziellen Technik. Am Tag, wenn es hell ist, zeigt sie ein anderes schreckliches Bild als in der Nacht, in der sie von innen leuchtet. «Mensch, was machst du?» Ihre Frage zum Aufrütteln und Nachdenken. «Mensch, was machst du?» «Mensch, was machst du?»